Was nutzt dir ein guter Hopfen? Was bringt dir das beste Malz, wenn dir das Wasser dazu fehlt? Was nutzt dir ein guter Tropfen? Du hast einen trockenen Hals, weil dich der Durst mal wieder quillt. Ich weiß genau, was du jetzt denkst, dir geht's wie mir. Am liebsten wär mir jetzt ein kühles Bier. Hasse Röder, Brie und Pilz mit dem Auerhahn. Hasse Röder, darauf sind wir Lenkshow abgefahren. Hatser, frischer Biergenuss mit ner Riesenqualität. Für'n Hasse Röder ist es nie zu spät. Samstag 15.30 Uhr, die Bundesliga boomt. Das Top-Spiel auf Premiere gleich beginnt. Wir sitzen hier beisammen, sind völlig angespannt. So langsam wird es Zeit für'n kühlen Drink. Hol doch mal den Kasten her, der steht hinter der Tür. Und ist prall gefüllt mit Hasse Röder Bier. Hasse Röder, Brie und Pilz mit dem Auerhahn. Hasse Röder, darauf sind wir Lenkshow abgefahren. Hatser, frischer Biergenuss mit ner Riesenqualität. Für'n Hasse Röder ist es nie zu spät. Abends in der Kneipe, wir sitzen hier beim Skat. Die Gläser sind grad frisch gefüllt. Das kann man genießen, es ist ganz mild gebraut. Ein echtes Hasse Röder-Pilz. Kühl und blond mit ner Kohle auf Schaum steht es hier vor mir. Und es wird mich trösten, wenn ich heut' verliere. Hasse Röder, Brie und Pilz mit dem Auerhahn. Hasse Röder, darauf sind wir Lenkshow abgefahren. Hatser, frischer Biergenuss mit ner Riesenqualität. Für'n Hasse Röder ist es nie zu spät. Hasse Röder, Brie und Pilz mit dem Auerhahn. Hasse Röder, darauf sind wir Lenkshow abgefahren. Hatser, frischer Biergenuss mit ner Riesenqualität. Wie man sie kennt. So'n Hasse Röder ist ein echter Jam. So'n Hasse Röder ist ein echter Jam. Mit dem Auerhahn. Hasse Röder, die Frösche der Natur.